Stell dir vor, du kannst einfach nur Musik hören und bekommst dafür 38 Euro pro Song und das immer wieder und wieder. Realistisch kannst du damit 25.000 Euro verdienen und das zeige ich dir als Beweis in diesem Video. Außerdem die komplette Methode mit der geheimen Anleitung, die tatsächlich so dir noch niemand auf YouTube gezeigt hat. Hallo, hier der Steve von Geniale Geld Ideen. Ich weiß, dass ich mich hier so ein kleines bisschen aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, diese Methode hat dir auf YouTube garantiert noch niemand gezeigt. Im Bereich Online Geld verdienen, aber ich bin ziemlich sicher, denn ich kannte sie bisher noch nicht. Ich habe lange recherchiert, bis ich die Möglichkeit herausgefunden habe, mit dieser Methode Online Geld zu verdienen und ich gebe dir das Geheimnis in diesem Video exklusiv weiter. Und ich hoffe wirklich, dass du dieses Geheimnis cool finden wirst und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt ganz schnell unten in die Kommentare reinschreibst. Das finde ich gut, denn ich zeige dir wirklich etwas, was du so noch nie gesehen hast. Also schreib ganz schnell rein in die Kommentare, das finde ich gut. Das würde mich total freuen, so ein kleines bisschen interaktiver hier auf dem Kanal zu werden. Also, vielen Dank dafür und was haben wir heute gemeinsam vor? Ich zeige dir, wie du tatsächlich mit Beweis, ich zeige dir jemanden, der es nämlich gemacht hat und geschafft hat, 25.000 Euro auf Autopilot verdienen kannst mit Musik hören. Und das Einzige, was du darüber hinaus tun musst, ist einmal auf einen Knopf zu drücken. Und auf diese Art und Weise hast du tatsächlich die Möglichkeit, mit einem einzigen Song 38 Euro zu verdienen. In Schritt 2 meiner Anleitung wirst du genau erfahren, wie das Ganze funktioniert. Und in Schritt 3, also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dabei, erfährst du das Geheimnis dieser Methode, wie du nämlich ohne jegliche Vorkenntnis und Erfahrung alles das umsetzen kannst und dieses Geld wirklich und realistisch verdienen kannst. Und wenn dir das immer noch nicht reicht, dann bleib bis zum Schluss dabei. Denn ganz am Ende, in Schritt 4, verrate ich dir eine coole Methode, wie du quasi auf Knopfdruck ohne Vorerfahrung bis zu 3.000 Euro pro Monat auf Autopilot verdienen kannst. Wie genau das funktioniert, alles das in diesem Video. Wenn du das cool findest, dann freue ich mich, wenn du jetzt kein Like für dieses Video da lässt und vielleicht sogar auch ein Abo, wenn du den Kanal Geniale Geldideen noch nicht abonniert haben solltest. Außerdem würde ich mich extrem freuen, wenn du hier rechts oben auf die Glocke klickst, alle Benachrichtigungen einstellst, denn dann kriegst du automatisch eine Info, wenn es hier bei Geniale Geldideen mehrmals pro Woche neue Geniale Geldideen zum smarten Investieren und zum Geldverdienen im Internet gibt. Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Vielen Dank dafür. Und jetzt verrate ich euch, wie ihr tatsächlich realistisch 25.000 Euro mit Musik hören und auf einen einzigen Knopf drücken verdienen könnt. Zunächst mal geht ihr auf folgende Webseite, nämlich fiverr.com. Fiverr ist eine Webseite, die in der Lage ist, Freelancer, also irgendwelche Menschen, die irgendwelche besonderen Talente haben, mit Auftraggebern zusammenzubringen. Und du kannst dich sozusagen als Freelancer dort auf dieser Plattform begeben und kannst deine Dienstleistungen verkaufen und vermarkten. Und dafür bezahlen Menschen Geld. Und ich zeige dir jetzt eine Dienstleistung, einen sogenannten Gig, den so kaum jemand liefern kann, der aber extrem nachgefragt ist. Und warum ist er extrem nachgefragt? Weil er nämlich sehr, sehr neu noch momentan auf der Plattform ist und du verhältnismäßig wenig Konkurrenz hast. Und das machen wir uns zunutze, indem ich dir jetzt gleich erst mal zeige, worum es geht. Und dann verrate ich dir das große Geheimnis, wie du ohne Vorerfahrung und ohne Kenntnis diese Dienstleistung liefern kannst, auch wenn du vorher noch nie davon gehört hast. Also es lohnt sich tatsächlich. Und ob welche Dienstleistung geht es, die momentan extrem angesagt ist? Das will ich dir verraten. Das ist sogenannte Musiktranskription. Wenn du danach nämlich suchst, Musiktranskription oder Musiktranskription, dann bekommst du hier eine ganze Menge an Ergebnissen. Das sind also Menschen, die Musik transkribieren. Falls du noch nie davon gehört hast, das ist im Grunde so, wie wenn du gerne Musik spielen möchtest, zum Beispiel mit dem Klavier oder mit Gitarre oder irgendeinem anderen Instrument und du findest irgendeinen Song, den du im Radio gehört hast, total cool. Kannst es aber nicht spielen, weil dir fehlen dafür die Noten. Dann sind diese Menschen genau dafür da, aus irgendeinem beliebigen Song gegen Geld, gegen Bezahlung sozusagen die Noten herauszuschreiben und so aufzuschreiben, dass du es mit dem Klavier oder der Gitarre oder der Flöte oder was auch immer nachspielen kannst. Und das ist ein absolut angesagter Gig momentan. Und du siehst, dass erst einmal hier aktuell nur in Anführungszeichen 181 Dienstleistungen im Bereich Musiktranskription verfügbar sind. Und das heißt, du hast im Verhältnis zu anderen Angeboten auf Fiverr hier einen Riesenvorteil, weil so viele Menschen gibt es noch nicht, die das anbieten. Das heißt, du hast die Möglichkeit, hier eine ganze Menge Geld mit zu verdienen. Und ich zeige dir gleich, wie du das komplett automatisieren kannst. Selbst wenn du überhaupt keine Ahnung von Musik hast und noch nie eine einzige Note zu Papier gebracht hast, kannst du das realisieren. Und ich zeige dir, wie. Wir gucken mal einen dieser Anbieter ein bisschen näher an. Zum Beispiel Milka Rubtsova. Und sie sagt, sie möchte eben und würde eine Komposition auf ein Notenblatt umschreiben, also transkribieren und zwar für das Klavier, für das Klavierspielen. Und du siehst, was sie dafür verlangt. Für 60 Sekunden eines Musikstücks nimmt sie 9,81 Euro. Das heißt also, so ein durchschnittlicher Song, der im Radio läuft, der ist vielleicht vier Minuten lang. Also in diesem Fall quasi 240 Sekunden. Dann bedeutet das, du hast hier die Möglichkeit, 39 Euro, also über 38 Euro für einen einzigen Song zu bekommen, indem du ganz einfach so eine Geschichte transkribierst, indem du dir das Ganze anhörst, auf einen einzigen Knopf drückst und dann wird das Ganze automatisch in ein Notenformat umgeändert. Also so etwas beispielsweise. Und wenn du dir jetzt anschaust, dass Milka hier fünf Sterne durchschnittlich hat und sie hat alleine 2.514 Bewertungen, wenn du das jetzt mal vergleichst und sie wirklich nur einmal 60 Sekunden abgeliefert hätte, also knapp 10 Euro bekommen hätte, mit 2.514 Bewertungen hat sie alleine damit in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, solange sie schon hier veröffentlicht ist, auf dieser Plattform über 25.000 Euro verdient. Und das ist wirklich, wirklich krass, vor allem wenn du jetzt erfährst, wie einfach das ist mit einem einzigen Knopfdruck. Denn jetzt verrate ich dir das große Geheimnis, wie du das machen kannst, ohne jegliche Musikerfahrung. Und dazu öffnest du die Webseite Melody Scanner. Melodyscanner.com. Ein Wort klein und zusammen. Und diese Plattform ist in der Lage, indem du dort Musik hochlädst oder noch viel cooler einfach ein YouTube-Video verlinkst, daraus die Musik zu extrahieren und in so ein Notenheft, in so ein Blatt entsprechend umzuwandeln und das komplett automatisiert mit einem einzigen Knopfdruck. Das heißt, du kannst entweder selber was spielen, du kannst MP3-Files hochladen oder sogar YouTube-Videos, wie gerade gesagt, eben importieren. Und wenn wir mal auf Pricing schauen, hier oben rechts, dann siehst du, dass am Anfang das Ganze kostenlos ist. Das heißt, du kannst hier ein YouTube-Video importieren. Das Ganze wird automatisiert mithilfe einer künstlichen Intelligenz mit einer Länge von bis zu einer Minute automatisch eben erkannt und transkribiert. Und du hast die Möglichkeit, als PDF das Ganze zu exportieren. Also eine sehr, sehr coole Geschichte und es kostet erst mal gar nichts. Erst wenn du merkst, okay, das ist cool, das funktioniert, dann könntest du sagen, okay, ich werde hier 42,99 Dollar pro Jahr bezahlen. Also es ist wirklich nicht viel Geld und dafür kannst du bis zu fünf Minuten Musik automatisch transkribieren. Und das möchten nämlich viele andere auf Fiverr nicht nur die Noten selber bekommen, sondern auch das Ganze als MIDI-File exportieren und ebenfalls deinem Auftraggeber mitgeben. Das heißt, die Idee ist ganz einfach, du bietest auf Fiverr eine Transkription von jedem beliebigen Musikstück an, lässt das Ganze hier kostenlos oder für einen sehr, sehr günstigen Preis, also einmalig 42,99 Dollar pro Jahr erstellen mit einem einzigen Knopfdruck. Ich zeige dir gleich live, wie cool das ist und wie einfach das Ganze funktioniert. Und dann nimmst du dieses Notenbeispiel oder und oder dieses MIDI-File und schickst es eben dann zurück an deinen Auftraggeber bei Fiverr. Kriegst dafür für 60 Sekunden 10 Euro, für 240 Sekunden über 38 Euro. Das heißt, du hast zwei Aufträge, dann hast du die Jahresgebühr für Melody Scammer schon längst wieder raus. Du kannst dich ganz einfach hier über den Punkt Sign-Up kostenlos registrieren, entweder ganz einfach mit deinem Google-Passwort oder eben mit deinem Vornamen, deiner E-Mail-Adresse und einem selbst vergebenen Passwort. Und wenn du drin bist, dann sieht das Ganze so aus. So sieht das Ganze dann aus. Und das Einzige, was du jetzt noch machen musst, wenn du in deinem sogenannten Songbook bist, ist, du klickst hier unten rechts auf YouTube to Sheet und kannst dann automatisch aus einem YouTube-Video eine entsprechende Transkription generieren. Und nehmen wir einfach mal an, du findest beispielsweise hier Sia, Gimme Love, das neue offizielle Musikvideo ziemlich cool. Und wenn du das jetzt transkribieren lassen möchtest, dann klickst du einfach hier rechts unten auf Teilen, kopierst dann diesen Link raus und kannst ihn dann in dein Songbook bei Melody Scammer reinsetzen. Das machen wir, indem ich hier draufklicke auf YouTube to Sheet und dann kannst du entscheiden, möchtest du ein Arrangement-Mode, nur ein Lead-Sheet-Mode, also nur die eigentliche Melodie und die Akkorde oder alle hörbaren Noten dort generieren. Ich nehme mal ein Arrangement-Mode in diesem Fall. Und dann wollen wir uns hier ein mittelschweres Arrangement für Piano dort erstellen. Und hier klicke ich ganz einfach drauf und gebe die URL ein, klicke auf Next und schon geht's los. Und ganz automatisch wird dann hier, wenn ich den Haken gesetzt habe, eine entsprechende Transkription von Sia, Gimme Love angefertigt. Und zwar ganz ohne mein Zutun. Und schon ist es fertig und wir können einfach mal reinschauen. Und du siehst, so ist das Ganze schon komplett fertig. Das kannst du einfach als PDF entsprechend exportieren, deinem Auftraggeber zur Verfügung stellen. Und das war's auch schon. Wir können da mal reinhören, damit du siehst, wie cool das Ganze geworden ist. Und das war's im Grunde auch schon. Und dafür kannst du für einen einzigen Song, wie gesagt, 38 Euro ganz einfach bekommen, indem du nur einmal aufs Knöpfchen drückst. Wie kriegst du jetzt so einen Gig, einen sogenannten, auf Fiverr platziert? Ganz einfach. Du klickst oben rechts hier auf Fiverr Freelancer werden, gehst dann hier auf Jetzt anmelden und kannst dann entsprechend dort dich registrieren. Und zwar erstmal komplett kostenlos und letztendlich dann deinen Seller-Account erstellen. Und wenn du dann registriert bist, dann klickst du einfach in deinem Backend auf Create a New Gig. Dann kommst du in diese Maske, wirst im Grunde hier durch die einzelnen Pop-Up-Fenster, durch alles das, was du brauchst, hindurch geführt. Es gibt's nur auf Englisch, aber das ist kein Problem. Du kannst einfach den Google Translator verwenden, um, falls du irgendetwas nicht verstehst, das Ganze automatisiert übersetzen zu lassen. Und beim Befüllen deiner Bewerbung, deines Gigs, kannst du dich hier an den erfolgreichen Anbietern ganz einfach orientieren. Also zum Beispiel hier, wenn es über 1000 Bewertungen von Milka gibt, dann könntest du genau diese Beschreibung hier ganz einfach rauskopieren und hier reinsetzen. Und natürlich ein kleines bisschen anpassen, damit es nicht exakt gleich klingt. Zum Beispiel, indem du hier ergänzt vor Piano oder Gitarre. Fertig. Und dann musst du eine Kategorie auswählen und eine Subkategorie. Aber da siehst du, das wird automatisch ja schon sogar vorgeschlagen. Die könntest du also auswählen. Music, Audio, Music, Transcription. Gibst dann hier an, für welche entsprechenden Instrumente du das anbietest. Und automatisiert kann das ja eben die Plattform für Gitarre, für Piano, für Saxophon, für Flöte, für Violine. Das reicht. Das kannst du also ganz einfach anbieten. Und gibst dann hier ein paar positive Keywörter ein. Also genau das, was hier drin steht. Zum Beispiel hier Music, Transcription. Und so weiter bis zu 5 kannst und solltest du hier auch entsprechend auswählen. Klickst dann auf Save und Continue und dann öffnet sich der nächste Bereich. Und da kannst du eben deine Pakete entsprechend anbieten. Wenn du nicht nur eins anbietest, sondern mehrere, zum Beispiel für mehr Minuten oder komplexere Kompositionen etc. Dann ist das ebenfalls komplett problemlos möglich. Und gibst am Ende hier entsprechende Preise ein. Und da solltest du dich eben orientieren. An den Gigs, die du hier findest, die gibt es eben meistens pro Minute zwischen 10 und 15 oder 25 Euro. Einige auch viel, viel teurer. 145 Euro. Also wenn du irgendwie zwischen 5 und 10 am Anfang bist, kannst du die Preise immer noch ein bisschen höher machen. Du bist günstiger als die Konkurrenz. Und wirst dadurch dann automatisch schneller mehr entsprechende Kunden bekommen, um deinen Gig langsam, aber sicher immer bekannter und interessanter zu machen. Das heißt, du kennst jetzt die Plattform. Du weißt, wie du wirklich 38 Euro für einen 4-Minuten-Song quasi automatisiert, mithilfe des Geheimnisses, was ich dir verraten habe, generieren kannst. Und jetzt fehlt nur noch eins, was ich dir zu Beginn versprochen habe, wenn du bis zum Schluss dran bleibst. Nämlich, wie du schaffen kannst, 3000 Euro pro Monat auf Autopilot zu verdienen mit einer noch cooleren Methode. Das funktioniert nämlich tatsächlich. Wenn du nämlich bei unserem Community-Projekt mitmachst, indem du Copy Trading betreibst. Das heißt, ich trade für dich und du machst nichts anderes, als auf einen Knopf zu drücken und kopierst eins zu eins genau die Trades, die ich auf dieser Plattform mache. Egal, ob du Ahnung von der Börse hast oder nicht, musst dich im Grunde um kaum etwas kümmern und hast dann die Möglichkeit, zumindest was in den vergangenen Monaten, so durchschnittlich um die 3000 Euro komplett passiv zu verdienen, ohne dass du großartig etwas dafür tun musst. Wichtiger Hinweis, natürlich ist es so, dass du bei so einer Plattform auch Geld verlieren kannst. Das birgt ein hohes Risiko. Das ist nun mal an der Börse so. Aber wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du hier auch natürlich die Möglichkeit, richtig viel Geld zu verdienen, indem du mir ganz einfach folgst. Das ist eine seriöse Plattform namens Naga. Mitglied der Naga Group an der Börse orientiert bzw. notiert und zwar an der Frankfurter Börse. Hervorragende Trustpilot-Bewertungen, mittlerweile acht Jahre lang am Markt. Also hier kannst du auf keinen Fall etwas falsch machen. Wenn du loslegen möchtest, klick einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung. Da findest du alle Details rund um unser Community-Projekt. Und wenn wir uns hier direkt auf der Plattform einmal angucken, wie nachhaltig so ein Projekt sein kann, dann siehst du hier, wenn man auf den Gewinn der Kopierer schaut, also auf den Gewinn eurer kopierten Trades auf die letzten zwölf Monate bezogen. Ich mache das also schon sehr, sehr lange, dann seht ihr, dass ich hier unangefochten auf Platz 1 bin mit fast 2 Millionen Gewinn für euch, die ich generiert habe. Wenn du also dabei sein möchtest und einen Batzen davon abhaben willst, dann lock dich gerne unten ein. Registriere dich komplett kostenlos, um dann hinterher ein bisschen Geld einzuzahlen und mir zu folgen. Und damit du es auch glaubst, dass diese Trades hier wirklich gut ausgehen, siehst du, das sind so hier meine durchschnittlichen Positionsgrößen zwischen 9 und 11 Euro Gewinn, wenn diese Trades positiv geschlossen werden. Und im Mai vom 1. bis zum 31. Mai habe ich halt einen Gewinn von 3.432 Euro dort generieren können. Ihr hättet das zu 100% kopieren können. Abzüglich 99 Cent Kopiergebühr wärt ihr also bei diesen 303 Trades immer noch über 3.000 Euro im Plus gewesen. Wenn wir uns das im Juni angucken, waren es 3.600 Euro oder sogar ein bisschen weiter zurück im Februar. Da waren es etwas wenige, nur 2.800 und im März 3.264 Euro. Also du siehst, es ist ein langfristiges, nachhaltiges Geschäftsmodell, bei dem du ohne großartige Vorerfahrung einfach nur durch Kopieren Geld verdienen kannst. Wenn du da Spaß daran hast, mach auch mit bei der Autocopy-Methode. Wie genau das funktioniert, findest du unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn wir dieses Community-Projekt noch weiter nach vorne bringen. Also egal, ob du bei dem Community-Projekt dabei bist und mit Hilfe von Copytrading Geld verdienen möchtest oder ob du mit Musik hören und Knöpfchen drücken mit Hilfe dieser coolen Methode auf Fiverr Musik transkribieren willst. Ich wünsche dir in jedem Fall viel Spaß und viel Erfolg. Viel Erfolg wünsche ich dir übrigens auch mit dem Video, was ich dir links verlinkt habe. Denn da gibt es eine weitere coole Methode, wie du Geld im Internet verdienen kannst, ohne jegliche Vorerfahrung. Klick einfach drauf. Du wirst verblüfft sein, wie einfach es sein kann, online Geld zu verdienen. Also, wir sehen uns gleich im nächsten Video.